Party B-Boy! Yes, yes, yo! Die legendäre Ü30-Hip-Hop-Party kehrt am Samstag, den 24. März, zurück ins Rockwerk in Hof. DJ Foldout und Mikro-The-Mic-Controller rocken wieder das Haus mit dem Best-of-80s und 90s Rap, R&B und New Jack Swing. Die Ü30-Hip-Hop-Party im Rockwerk Hof. Samstag, 24. März, ab 22 Uhr. Be there or be square. Who that is? Who that is?